Ja, Queenie fühlt sich hier in dieser Box wohl irgendwie wohler. Und natürlich lasse ich sie da auch, wenn sie sich da wohler fühlt. Auch wenn es für mich ein bisschen schwieriger ist. Aber wenn es denn losgeht, kommen die meistens erfahrungsgemäß dann doch raus in die große Box. Gut.